Ich bin heute noch mal ein paar ältere E-Mails durchgegangen. Das mache ich ab und zu, wenn ich Zeit habe. Und dann gehe ich noch mal ältere E-Mails durch, weil ich gucken möchte, welche ich vielleicht vergessen habe zu beantworten. Und da waren auch einige E-Mails bei, wo ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt noch mal ein Video machen. Es geht auch darum, dass ich mich entschieden habe, die EU zu verlassen und jetzt hier in Mexiko bin. Da waren ganz viele E-Mails dazu. Einige, die gesagt haben, wir verstehen das voll und ganz. Andere, die auch böse auf mich sind, Zuschauer nach wie vor, die sagen, wir sind enttäuscht und sie haben uns verlassen. Sie sind jetzt weit weg und sie machen nur das, was sie möchten und und und. Und deswegen, Sie wissen ja, dieser Kanal geht um das, weshalb wir hier sind auf dieser Erde, was wir tun können und auch, dass wir unsere Aufgaben, die unsere Seele hat, dass wir die erfüllen. Und das allererste, was ich immer wieder in meinen Videos sage, ist, dass es ganz wichtig ist, sich selbst zu lieben. Wenn ich mich selbst lieben kann, kann ich alle anderen Menschen lieben und dann kann ich auch teilen. Und wenn ich über teilen rede, dann meine ich nicht nur materielle Dinge teilen, also Dinge abgeben, mit Nachbarn teilen, Lebensmittel teilen, Geld teilen, was auch immer. Ich meine damit vor allen Dingen auch das Herz teilen, die Seele teilen, Erfahrungen teilen, Informationen teilen und womöglich auch auf diese Art und Weise helfen. Und das habe ich ja schon oft gesagt. Ich weiß, dass das meine Aufgabe im Leben ist, Menschen zu helfen, zu teilen, da zu sein für andere, mithilfe von Informationen. Und ich merke das auch hier jeden Tag. Das ist halt wirklich meine Stärke. Ich weiß das. Ja, jetzt werden einige sagen, jetzt sind sie arrogant. Nein, das ist meine Stärke. Ich kann Informationen relativ schnell aufnehmen. Ich kann sie zuordnen und ich kann sie dann auch teilen. Und deswegen weiß ich auch sicher, dass es um unsere Seelen geht und dass es darum geht, Liebe zu zeigen, Liebe zu fühlen und zu teilen. Und dass das gerade jetzt die ganz große Herausforderung ist. Und ja, ich habe das gemacht, was meine Seele möchte. Sie möchte hier sein. Hier, wo ich seit 30 Jahren diesen Ort kenne und wo ich immer eine unglaubliche Energie spüre. Und ja, eine neue Entscheidung, eine Veränderung, eine große Veränderung ist niemals leicht. Man lässt immer etwas zurück. Man lässt auch Menschen zurück, die einem wertvoll sind. Man lässt auch Erinnerungen zurück oder Dinge, die man sehr gerne hat und die auch bequem sind. Mein Bett zu Hause, ganz ehrlich, wesentlich bequemer als das Bett hier. Und ich habe da auch mit Freunden drüber gesprochen und die sagen, um Gottes Willen, bloß nicht mein eigenes Bett. Auch Zuschauer, die gesagt haben, da möchte ich auch hin. Ja, die ersten Bilder sind wunderschön. Das ist das Paradies. Aber ein Paradies sieht schön aus, auf Bildern, in Bildern, immer wunderschön. Und es ist wunderschön. Aber es gibt Herausforderungen. Und einige sagen, ja, sie können das, sie sind frei, sie haben die Möglichkeiten. Ich sage Ihnen, jeder hat die Möglichkeit, das zu tun, was seine Seele möchte. Wozu seine Seele hier ist. Jeder hat diese Möglichkeit. Denn jede Seele hat ihre eigene Aufgabe. Und nicht jede Seele möchte hier in Mexiko sein. Für viele wäre das der absolute Albtraum. Und einige sagen, ja, ich muss gerade jetzt da sein, wo ich bin. Ich muss nicht weg. Es hat auch eine Zuschauerin geschrieben, sie sah die Bilder und wollte direkt weg. Und hat dann nachher, als ich ihr Informationen zugeschickt habe, geschrieben, Nein, ich muss doch hier bleiben. Und eine Zuschauerin hat gesagt, geschrieben, ich würde gerne mein Haus verkaufen. Und dann hat sie anhand meiner Entscheidung festgestellt, dass das überhaupt nicht die richtige Lösung ist. Und das ist das, was ich in vielen Videos immer wieder sage. Es ist ganz wichtig, auf die innere Stimme zu hören, auf die Seele. Was will ich? Es ist die wichtigste Frage. Was will ich? Nicht, will ich jetzt morgen da essen gehen? Oder will ich, dass die Restaurants wieder öffnen? Will ich, keine Ahnung, will ich einen nächsten Urlaub planen? Es geht darum, was die Seele möchte. Was will ich? Welche Menschen liebe ich? Und da komme ich wieder zum Anfang. Das Allerwichtigste ist, sich selbst zu lieben. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Was andere über mich denken, ist nicht meine Sache. Es geht mich nichts an. Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Und ich muss alles dafür tun, dass es mir gut geht. Und glauben Sie mir, wenn jeder so leben würde, dann hätten wir keinen Krieg auf Erden. Wenn jeder so leben würde, dass er zuerst nur dafür sorgen würde, dass es ihm selbst wunderbar geht und diese Liebe dann teilen mit anderen Menschen, der Planet wäre ein Paradies. Aber da sind immer diese kleinen Eifersüchteleien und diese kleinen, ich kann das aber nicht. Und dieses, ich kann das aber nicht. Ich höre es so oft, nein, ich kann das aber nicht. Es ist nicht, ich kann das nicht. Es ist auch manchmal eine Bequemlichkeit. Und das ist ganz wichtig. Seien Sie ehrlich. Ganz ehrlich. Habe ich ja auch schon das Video zu gemacht. Die Ehrlichkeit zu sich selbst. Das ist die wichtigste Ehrlichkeit. Wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, kann ich ehrlich sein zu allen anderen Menschen. Und ja, das ist schwer. Weil dann kommt immer diese Stimme, dieser kleine Teufel von außen, der sagt, ja, aber du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Alle anderen können das, aber du nicht. Denn du musst hier bleiben. Du musst das tun. Du hast diese Verantwortung. Auch sich verstecken hinter Verantwortung ist manchmal auch eine Bequemlichkeit. Weil man keine Lust hat, eine Entscheidung zu treffen. Und es ist schön, denn man kann sagen, ich kann das halt nicht. Aus den und den und den Gründen nicht. Ich habe Verantwortung. Ich muss hier bleiben. Ich habe kein Geld. Ich wüsste gar nicht, wie man einen Flug bucht. Ich habe keine Lebenserfahrung. Ich war noch nie im Ausland. Und so viele Gründe finden sich, etwas nicht zu tun. Jetzt sage ich nicht, Sie müssen das tun. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich wollte nur damit sagen, egal, ob das jetzt eine Reise ist oder ob das vielleicht ein Umzug ist. Oder eine Veränderung. Das Anlegen eines kleinen Gartens. Auch das kann schon für viele eine riesen Herausforderung sein. Ja, morgen. Heute nicht. Denn heute tut der Rücken weh. Ich kann die ganzen Sachen, die ich dann nach Hause schleppen muss, um den Garten anzulegen. Das geht nicht. Oder ich kann heute nicht im Garten buddeln. Da tut mir der Rücken weh. Oder ich habe anderes zu tun. Ich habe Wichtigeres zu tun. Es sind die Ablenkungen. Die Ablenkungen für die Seele. Die Ablenkungen, die dazu führt, dass ich nie, 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 nie das tue, was wichtig ist. Und deswegen Ehrlichkeit zu sich selbst. Und die allerwichtigste Frage. In jedem Video gehe ich darauf ein. Denn es ist die wichtigste Frage. Was will ich? Was will ich? Was will meine Seele? Was will sie? Und es ist die schwierigste Frage. Es ist womöglich die schwierigste Frage ihres Lebens. Aber die müssen sie zuerst beantworten. Wenn sie die beantworten können, dann sind alle anderen Probleme gelöst. Glauben sie mir. Aber das kann man auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch ein längerer Prozess. Das ist ein längerer Prozess, sich hinzusetzen. Und gerade jetzt ist auch die Zeit da. Die Zeit auch, ehrlich zu sich zu sein. Diese Frage immer und immer wieder zu stellen. In sich zu gehen. In Ruhe. Weil es gibt auch nicht so viel Ablenkung. Zum Glück. Ne? Vielleicht. Aber es ist auch wichtig zu sagen, heute nehme ich mir die Zeit. Oder diese Stunde, nehme ich mir die Stunde, um für mich da zu sein und diese Frage zu beantworten. Und auch da kann man sich ablenken und sagen, nee, ich will jetzt erst meditieren. Und dann will ich beten. Und dann will ich eine Stunde Ruhe haben. Genauso wichtig wie beten und meditieren. Die Verbindung zur höheren Ebene. Zu der Ebene, die sowieso spirituell ist. Die sowieso da ist. Die sowieso das Licht hat. Die Ebene hat das Licht. Die braucht nicht mehr Licht. Hier auf Erden brauchen wir mehr Licht. Das ist wichtig. Da sollten wir uns mit beschäftigen. Hier auf Erden. Was will meine Seele? Was ist die Aufgabe meiner Seele? Welche Dinge wiederholen sich in meinem Leben und kommen immer und immer wieder zurück? Da ist schon mal ein Schlüssel, den Sie umdrehen können und gucken, ob da womöglich auch eine Antwort dahinter steckt. Ja, das nochmal zu den E-Mails zu meiner Reise.